Hallo, willkommen zu deiner Wochenübung. Diese Woche möchte ich, dass du eine Dankbarkeitstagebuch schreibst. Du denkst, oh, das kennt man ja schon. Ja, aber hast du es wirklich schon gemacht? Ich habe so in meinem Leben alles erschaffen und kreiert, das ich mir gewünscht habe. Als ich noch nicht den perfekten Partner hatte, habe ich mich über Monate und Wochen immer bedankt beim Universum für meinen Mann, den ich jetzt habe. Also, probiere das bitte mal aus und du wirst sehen, dass Wunder in dein Leben treten. Und wenn es dich total überfordert, dann mach einfach nur drei Dinge, für die du dankbar in deinem Leben bist. Du kannst Dinge sagen, die du hast, für die du dankbar bist, oder du bedankst dich für Frequenzen in deiner Zukunft, für die du dankbar bist. Probier das aus. Bis zur nächsten Woche.